3 Gegner bereit Rennen wieder zurück Rennen wahrscheinlich zu C 3 Gegner, viel Glück, viel Spaß Das wird aber besser Deck hier Die nächste Stelle, ich weiß Das ist ja kein Team spielen oder so Aber dann machst du sowas wie mit dem oben eins gegen drei und dann denk ich mir, wie kann ich den nicht lieben Das war ein ganzes Alter Schreibt es da auf, schreibt dir die Videos 1 Stunde 5 weiß es nicht Das ist ab jetzt das 1 Stunde 5 Manöver, wenn wir es mal kurz ansprechen würden Ähm, eh nur ich Ja, das ist ja Frank schon, das geht doch nicht zusammen, wenn die will Ich wusste, dass der hier ist, der Typ Der Typ Der traut sich nicht Oh, kommt der schon Nein Helo Helo Jetzt sind die Operator-Banker ab Nein Alter Was machst du jetzt? Ich habe noch nie gekrönt und verkauft Das war Schlussverkauf war das Ich weiß, das sieht jetzt nach einer sehr schlechten Situation aus und als ob ich verlieren würde, aber Ich habe sie gekillt Achso Achso Ihr wolltet Beweis Ja, okay, hier Ich hab noch trybore Drei durch Drei 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 Oh! Clutch! My heart's racing! Film und das Leonardo DiCaprio, wo er 14 ist oder so. Der ist so hübsch. Nee, ist er nicht. Ist nur so ein Schmierbrocken. Ach so, was Gutes über den Schauspieler zu sagen. Schmierbrocken! Das ist die gute Wörter drauf.